Panagiotta Petridou hat einen echten Traumkörper und zeigt sich gern in sommerlichen Looks. So richtig freizügig präsentiert sie sich aber eher selten. Auch in ihrer Vox-Sendung Biete Rostlaube suche Traumauto gibt sie sich eher als die kumpelhafte. Der aktuelle Urlaub scheint sie aber dazu zu verleiten, ihre sexy Seite nach außen zu kehren. Bereits vor wenigen Tagen zeigt sie im Pool ihre traumhafte Figur. Doch jetzt geht die Moderatorin noch einen Schritt weiter. In ihrem aktuellen Instagram-Video lässt die 39-Jährige die Höhlen fallen. Oben ohne wagt Panagiotta den Sprung ins kühle Nass und bringt damit ihre Fans zum Schwärmen. In deinem Genre würde man wohl sagen gutes Fahrgestell und Respekt, du bist schon eine Granate. Viel Spaß noch im Urlaub und erholsame Tage, kommentieren sie den Clip. Man muss schon zugeben, dieser sportliche Buddy kann sich wirklich sehen lassen. Uns hat die gebürtige Griechin mit ihrer Pool-Aktion auf jeden Fall in Urlaubsstimmung gebracht. Wir massacreen aber auch einen tricker Gutes, von福land und schon am Tag. Ich halte sie die Gute. Es ist ein tricker Weg, das ist ein tricker Weg. Wir machen das. Ich habe einen tricker Gewalt in der Kirche aus dem Kief und kruppen. Vielen Dank.